Hallo zusammen, heute wollen wir eine Mix-In erstellen oder ein Mix-In erstellen, das uns, wenn man drüber havert, über dieses Element, dann möchte man eine leicht veränderte Farbstufe sehen. Also quasi eine leichte Abstufung, entweder ins dunklere oder ins hellere, das könnt ihr euch dann entscheiden. Und wir wollen das Ganze als Mix-In machen, das heißt man kann das einfach so inkluden und hat keine Probleme damit. So, das hört sich jetzt erst ein bisschen abstrakt an, ich hab's mal ganz kurz hier schon vorbereitet. So wird es später aussehen, wenn wir hier drüber havert, dann sehen wir, ja, es wird zu einer leicht anderen Farbe. Es wurde jetzt heller, das ist natürlich doof und das wollen wir uns noch ganz kurz angucken, wie man das alles machen kann. Also es ist ziemlich geil eigentlich und dabei möchte ich euch auch gleich schon eine der eingebauten Funktionen von SASS vorstellen. Das werde ich jetzt in diesem Abschnitt hier ständig machen, euch eingebaute Funktionen vorstellen und dann vielleicht teilweise, je nachdem, nicht bei allem werde ich ein schönes Mini-Projekt haben, aber teilweise wollen wir dann eben so ein Mini-Projekt wie eben heute machen. Okay, also wir definieren uns natürlich ein Mix-In und das Ganze ist ein Link-Color, wobei eigentlich brauchen wir nicht mal Hover-Color, sollte man es eher nennen. Wobei, nee, eigentlich ist es schon ein Link-Color. Link, äh, ich sag, Link-Color. Ähm, weil wir wollen es nachher auch machen, wenn man, wenn der Link aktiv ist oder wenn man ihn gefokust hat. Also ihr kennt wahrscheinlich die einzelnen Stati von, von Links. Ähm, so und wir wollen das Ganze natürlich in einer speziellen Farbe haben. Wir wollen sozusagen darstellen, wie diese Farbe aussehen soll. Das machen wir ganz einfach über einen Dollar-Color. Und jetzt können wir hergehen und können einfach sagen, okay, erstmal setzen wir die Farbe von dem Element, das jetzt hier, oder das diese Mix-In einbindet, setzen wir auf Dollar-Color. Das ist ja erstmal das, was wir haben wollen. Und dann sagen wir, und da sehen wir schon die erste Anwendung von und, und Doppelpunkt Hover, weil wir haben ja hier kein direktes Element, aber wir wollen trotzdem dieses Element verändern, ähm, und zwar wenn es gehovert wird. Und deswegen brauchen wir auch diesen Und-Selector hier relativ häufig. Und Hover, ups, sorry, das war das Falsche. Und Active und Focus, dann wollen wir, naja, was wollen wir machen? Ähm, wir wollen die Color auf und jetzt kommt eine Farbfunktion aus SCSS, Lighten. Lighten ist eine SASS-Function, wie wir hier sehen können. Das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich. Und zwar können wir da einfach eingeben Dollar, äh, Dollar-Color. Also das ist die Farbe, die wir aufhellen wollen. Um wie viel Prozent wollen wir sie aufhellen? Naja, um ein Viertel, sagen wir jetzt einfach mal. Und zwar 25 Prozent. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Das macht natürlich alleine noch nichts. Deswegen sagen wir jetzt hier einfach div, auf geht's. Und, ähm, dann sagen wir hier, wir inkluden, also add, include, link, color. Und zwar, was wollen wir hier reinmachen? Ähm, sagen wir einfach mal 222. So, also was relativ dunkles. Ne, das sieht man nicht wirklich von schwarz, kann man das nicht unterscheiden. 555, das kann man unterscheiden, denke ich mal. Okay, so, wenn wir das jetzt hier neu laden, dann sehen wir hier, das Ganze ist in schönem, äh, dunklem Grau. So, eigentlich, wenn wir drüber hovern, dann wird es etwas heller. Und zwar um genau 25 Prozent aufgehellt. Das heißt, es hält einfach alles ein bisschen mehr auf. Und, ähm, ja, dadurch kann man natürlich hier sehr, sehr schnell einen Hover-Effekt erzeugen. Und zwar sehr unproblematisch. Im CSS sieht das Ganze dann so aus, dass es nicht ganz so schön hier, wir haben natürlich hier ein Div. Und dann haben wir hier ein Div-Hover, Div-Active, Div-Focus. Oh, hier fehlt der Doppelpunkt. Was ist denn hier passiert? Hab ich den vergessen? Oh ja, den hab ich vergessen. Sorry. Also natürlich den Doppelpunkt nicht vergessen. Dann sehen wir hier die Farbe eben um genau 25 Prozent aufgehellt. Und ihr müsst da nicht irgendwie noch denken oder sowas. Es gibt einen ganzen Haufen von SCSS-Funktionen. Und ich finde, das ist eine relativ schöne, ähm, Verwendung von solchen Farbfunktionen, weil es ja auch irgendwie ansprechend aussieht. Ich möchte euch jetzt gerade noch kurz ein paar andere vorstellen. Und zwar zum Beispiel mal Darken. Darken macht genau dasselbe. Hier nehme ich jetzt allerdings mal eine hellere Farbe. Und zwar sagen wir, äh, CCC. Und das ist sehr helles Grau. Und wenn wir das hier machen, dann wird natürlich dieses Ding um genau 25 Prozent abgedunkelt. Also Darken ist quasi das Gegenstück zu leiten. Es gibt aber noch einen ganzen Haufen anderen Farbfunktionen hier. Und die zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz alle. Ähm, dazu nehme ich mir den Link da oben in die Hand. Das ist der hier. Den werde ich jetzt einfach mal mit der Color bearbeiten. So, ähm, und dann haben wir hier mehrere Farbfunktionen, die ich euch mal ganz kurz vorzeigen möchte. Und zwar nehmen wir einfach mal die, wir definieren uns hier unsere Farbe Dollar My Color. Ist die Farbe, ähm, F-0-0. Das ist knallrot. Nein, wir machen, wir machen hier ein F-8-8. So, wunderbar. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Lachsfarben oder sowas. Und jetzt gibt es drei Funktionen, nämlich einmal Red von Dollar My Color. Also das nimmt natürlich dann auch immer eine Farbe mit. Ähm, und was macht das hier? Es nimmt einfach den Rotanteil von meiner Farbe. Ups, sorry. Den Rotanteil von der Variablen hier. Ich kann natürlich auch Hashtag F88 hier reinschreiben. Und das, ähm, ist in dem Fall R, wie ihr wisst, R, G und B. Das heißt, Rotanteil, Grünanteil, Blauanteil. Und somit bekomme ich hier einfach ein F raus. Das heißt wirklich 100% rot. So, jetzt schauen wir mal, was hierbei passiert. Und da sehen wir, es passiert rein gar nichts. Warum nicht? Naja, das ist wirklich eine Funktion, die hier diesen Wert ausliest. Wir bekommen hier einfach nur 255 raus. Das heißt, es werden die Werte wirklich als Integer rausgelesen, die hier drin stehen. Deswegen funktioniert das nicht so richtig. Ich kriege nicht einfach dann nur Rot raus oder F00, wie man es jetzt erwarten würde. Sondern ich kriege wirklich die Zahl raus, die hier für mein Rot ist. Jetzt kann ich das Ganze aber theoretisch auch wieder verarbeiten in RGBA. Und kann hier reinschreiben, ähm, dann eben, also der Rotanteil von meiner Farbe. Und dann möchte ich hier zum Beispiel 0, 0, 0 haben. Was dann dazu führt, dass ich keinen Link mehr sehe, weil er natürlich durchsichtig ist. So, ähm, also bekomme ich nur noch Rot raus. Weil jetzt ist natürlich hier, ähm, Red ist 255, also volle Kanüle Red. Also 100% Rot. Und wir sehen hier, die Farbe ist einfach direkt auf Rot gesetzt, weil es wurde natürlich komplett Rot gewählt. Wenn ich jetzt hier aber mal 0 reinmache, dann kann ich das natürlich auch noch umwechseln und kann hier sagen, hey, ich möchte vielleicht den grünen Anteil meiner Farbe auswählen. Dollar Green. Okay, da bekomme ich dann, äh, 8 als Hexwert ausgeliefert, also, ähm, Moment, ähm, ja, nicht Dollar Green, sondern Dollar Mike Color. Okay, und wir sehen, dass dieser Wert hier auf 8, 8 festgelegt wird. Das ist natürlich genau das, was hier steht, weil ich habe ja hier eine 8 stehen, also habe ich im Endeffekt, das ist die Kurzform für F, 8, 8, 8, 8. Das ist im Endeffekt eine Kurzschreibweise gewesen, was ich hier gemacht habe, indem ich das hier geschrieben habe. Und deswegen bekommen wir beim grünen Anteil 88 raus, ähm, beziehungsweise Hexcode 88, genauso beim blauen Anteil natürlich. Und, ja, dann kann ich die natürlich auch wieder zusammen mischen, zum Beispiel. So, das ist noch eine weitere Farbfunktion. Ähm, ich kann euch jetzt noch einen ganzen Haufen mehr zeigen. Ich werde euch jetzt allerdings nur ein paar wenige vorlesen, sozusagen, oder nicht vorlesen, kurz mal aufschreiben hier. Und zwar, die wichtigsten, also dasselbe geht natürlich auch noch mit Blue. Das ist mit dem blauen Teil. Und was ich persönlich noch eine schöne Sache finde, ist, ich kann hier zwei Farben zusammen mixen. Das heißt, ich kann hier einfach mixen. Und dann zum Beispiel hier Hexcode F00. Und dann Hexcode, was nehmen wir, CCC. Wunderbar. Ähm, was dabei rauskommt, ist relativ geil, weil, ja, es wird dann einfach wirklich zusammen gemischt. Also es wird ein Mix aus diesen beiden Farben gemacht. Und zwar halb-halb. Wenn ihr hier noch ein Gewicht hinten dran angebt, dann könnt ihr das noch irgendwie verändern. Also 0,2, äh, 0,3 zum Beispiel. Ähm, führt dazu, dass 0,3-fach, also dass 0,3% von dem Ding hier genommen werden. Und der Rest ist eigentlich von hier. Das heißt, wir haben hier, äh, CCCBCB. Also quasi fast das Ding wäre, wenn ich jetzt hier 0,8 oder sowas nehme. Dann sehen wir, dass wir hier CACA haben. Und so weiter und so fort. Also so kann ich das quasi einfach zusammen mischen. Ich würde euch aber fast empfehlen, hier immer die 50% zu nehmen. Ansonsten überlegt euch, ob ihr nicht vielleicht die Farbe so definieren wollt. Okay, ähm, dann kann man natürlich auch noch eine Farbe in Graustufen umwandeln. Das geht über Grayscale. Grayscale ist auch eine Funktion. Da könnt ihr irgendeine Farbe reinstecken. Ich nehme jetzt hier einfach mal MyColor wieder. Dollar MyColor. Was das zur Folge hat, ist, alles, was hier irgendwie Farbe ist, wird rausgenommen. Und es wird einfach wirklich eine Graustufe berechnet. Also es sieht dann so aus. Wenn ich dieses Grayscale natürlich nicht mache, dann habe ich diese Lachsfarben hier. Also was schön buntes eigentlich. Genau. Und dann kann ich das Komplement berechnen. Das sind aber alles sehr fortgeschrittene Dinge. Also ich habe keine Ahnung, wie genau sich das Komplement berechnet. Es ist so ein Blau bei diesen Lachsdingens. Aber, äh, ja. Da muss man, glaube ich, viel Ahnung von Farben. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das nicht so schwer. Okay. Und dann kann ich die Farbe natürlich auch noch invertieren, wenn ich das möchte. Also es ist jetzt nichts Besonderes, aber das ist, es ist ein Spielerein. Ähm, aber, ja. Ein paar von diesen Dingen, also zum Beispiel auch Mix, finde ich sehr, sehr spannend. Und, ja, sehr nützlich auch. Gut, das war es von meiner Seite. Also erstmal hier natürlich diese Mix-In hier. Die finde ich ganz praktisch. Und dann ein paar nützliche Farbfunktionen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.